Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Better Land wie Podcasts. Mein Name ist Jonathan Schmidt und wie immer stellen wir euch im Podcast eine der Arbeitsgruppen vom COS vor. Heute haben wir eine etwas andere Konstellation als sonst, nämlich haben wir diesmal zwei Gruppenleiter da. Wir haben einmal Michael Reisig und Heike Lindner aus dem Stomata Biology Lab am COS. Seid doch so gut und stellt euch einfach mal selber vor. Ja hallo, ich bin die Heike Lindner, ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet mit Michi und habe zwei Kinder. Genau, mein Name ist Michael Reisig, bin 39 Jahre alt, ich habe offensichtlich auch zwei Kinder und bin Gruppenleiter hier am COS. Schön, freut mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank fürs Kommen. Heike, fangen wir doch direkt mal bei dir an. Warum wolltest du studieren und warum hast du dich für die Biologie entschieden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern konnte, warum ich Bio studiert habe. Ich kann mich noch erinnern, es ist mir sehr schwer gefallen nach der Schule mich zu entscheiden, Ausbildung, Studium und bin dann zu gewissen Beratungsstellen gegangen, habe gesagt, was ich gerne mache und da war die Biologie ganz vorne mit dabei. Ich hatte eine tolle Biolehrerin in der Schule und habe mich dann für das Biostudium entschieden. Also einfach die Begeisterung in der Schule entfachten und durchgetragen. Schön. Genau. Ausbildung, was hattest du dir da angeschaut? Als biotechnische Assistentin. Ah, verstehe. Okay, gut, naheliegend. Ja, genau. Aber dann war dann doch lieber Studium. Genau. Also ich konnte mir das Schwierige an der Entscheidung zum Studium war, dass ich nicht richtig wusste, was ist der Job, der danach kommt. Also bei der BTA war klar, okay, danach arbeitet man im Labor und hilft mit, aber es war für mich als Abiturientin relativ abstrakt noch mir vorzustellen, was der Abschluss dann bedeutet. Und in der Beratung hast du dann eine Perspektive bekommen von einem Biostudium. Genau, ja. Und was waren deine verschiedenen Stationen im Studium, so während dem PhD und dem Postdoc, woran hast du da jeweils geforscht? Genau, also ich habe hier in Heidelberg Bio studiert und bin nach dem Studium nach Zürich gegangen, habe dort Michi kennengelernt. Wir haben zusammen die Doktorarbeit gemacht und da habe ich an molekularen Mechanismen während der Befruchtung gearbeitet in Arabidopsis. Und dann sind wir zusammen nach Stanford gegangen, Amerika und haben dort unseren Postdoc gemacht und ich habe dort an Wurzelentwicklung und die Reaktion von Wurzelsystemen an Wasserstress, habe ich untersucht. Genau. Ahnung. Ich wollte jetzt dir die gleiche Frage stellen, ein bisschen was hat Heike schon vorweggenommen, aber das Studium war bei dir sicher anders. Und dein Weg dorthin? Also mein Studium, ich habe in Zürich studiert, allgemeine Biologie, habe da ziemlich schnell mich für Pflanzenbiologie faszinieren können. Habe dann auch in Pflanzenbiologie schon in meinem zukünftigen Doktorarbeitslabor Masterarbeit gemacht und dann in der Doktorarbeit eigentlich geforscht, wie sich das mütterliche und väterliche Genom organisieren, um frühe Embryogenese zu steuern und welches Genom mehr Anteil daran hat. Also dominiert in den frühen Entwicklungsstadien. Und bin dann, wie Heike schon gesagt hat, nach Kalifornien gegangen, um dann an Spaltöffnungsbiologie und Spaltöffnungsentwicklung zu forschen. War es also schon immer Pflanzen, dich, die euch beide fasziniert haben? Genau. Bei mir ging das relativ schnell. Ich habe mir auch so zur Frage, warum ich Bio studiert habe, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und für mich war es eigentlich, das war meine allererste Bioklausur im Gymnasium und ich habe da meinen Arm gebrochen. Also musste ich meinen Rechten, konnte nicht schreiben und musste die Prüfung mündlich machen. Und habe dann mit meinem damaligen Lehrern, Herrn Gröber, der ein super Lehrer auch war, darüber gesprochen. Und es ging irgendwie um die Reiche und dann gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen Pilze und Pflanzen? Ich habe ewig nicht draufgekommen, bis ich irgendwann halt gecheckt habe, die machen Photosynthese, die Pflanzen und die Pilze nicht. Also die Pflanzen sind autotroph und können sich halt durch Sonnenlicht ernähren. Und irgendwie hat mich das nie mehr ganz losgelassen. Also ich wollte nicht ursprünglich Genetiker werden und Entwicklungsbiologe, aber so das Pflanzending, dieses Autotrophe, quasi die Basis für alles auf unserer Welt, das hat mich sehr früh fasziniert. Bei dir ähnlich oder? Ja, bei mir war es eher, dass mich die Arbeit mit Tieren eher abgeschreckt hat. Hat mich erst mal zu den Pflanzen gebracht, dass ich während den Schnippelkursen schon gemerkt habe, dass ich eine sehr große Hemmschwelle habe, Tiere aufzuschneiden und bin dadurch zu Pflanzen und habe dann erst in den Pflanzenlaboren quasi gemerkt, dass das super spannend und auch wichtig ist, molekulare Mechanismen in Pflanzen zu verstehen. Und bin dann auch sehr gerne dabei geblieben. Seit wann seid ihr denn jetzt in Heidelberg und wieso seid ihr dann von Kalifornien wieder hierher gekommen? Also wir sind in Heidelberg seit 2018. Es war eine super Zeit in Kalifornien, wir haben es sehr genossen. Es gibt viele Vorteile daran, in Amerika zu sein. Die Entscheidung ist sowohl beruflich wie auch privat gewesen zurückzukommen. Beruflich, wir sind beides Grundlagenforscher. Also wir uns interessieren grundlegende Mechanismen der Entwicklung. Und das ist etwas, was in den USA im Moment und in vielen Ländern eigentlich, abgesehen von Deutschland und noch ein paar anderen Ländern, sehr schwierig ist, Geld dafür zu erhalten. Also Deutschland ist immer noch, fördert immer noch sehr phänomengetriebene Forschung. Also einfach, wir wollen halt wissen, wie Sachen funktionieren und nicht unbedingt eine Anwendung im Kopf haben. Das war so wissenschaftlich der Grund, eigentlich beruflich der Grund, nach Deutschland zu kommen. Privat zurück nach Europa, seit wir unsere Familien sind. Und wir haben zwei kleine Kinder. Es war schwierig, unser Sohn ist in Amerika geboren. Es war schwierig für die Großeltern, so weit weg von uns zu sein. Und auch diese neun Stunden Zeitdifferenz ist für Skype und so jetzt nicht gerade einfach. Und darum war das auch privat eigentlich ein No-Brainer, zurückzukommen. Aber vielleicht, warum Heidelberg? Warum Heidelberg? Heisst eine gute Frage. Also ich habe mich auf verschiedene Stipendien beworben. Ich war immer ein bisschen weiter, also ich bin noch ein bisschen älter als Heike, darum ein bisschen weiter in der Karriere. Also habe ich mich auf die Stipendien beworben hier. Ich habe mich in der Schweiz beworben, hier, auch in England. England war ein klares Nein wegen Brexit. Also da wussten wir halt nicht, was passiert mit Work Visa für Ehepartner und so weiter. Und auch mit Funding Situation, ERC und so weiter. Das war relativ schnell klar, dass es England nicht wird. Und dann zwischen Heidelberg und Schweiz hat mich in Deutschland, also das Institut, das COS hier, durch das das so fokussiert ist auf Entwicklungsbiologie und halt Pflanzen und Tiere vereinigt, war das schon sehr attraktiv. Und dann gab es auch noch einen privaten Grund. Heikes Eltern sind hier in der Nähe und können uns sehr viel bei der Familienarbeit und dem privaten helfen. Und das wäre in der Schweiz natürlich auch mit meinen Eltern gegeben gewesen. Und darum war es so ein bisschen zwischen diesen beiden Standorten. Verstehe. Und habt ihr dann irgendwie von der Uni direkt Funding bekommen? Oder habt ihr, du hattest Stipendien erwähnt? Genau, ich habe ein E-Minüter-Stipendium. Das ist quasi ein Karriereförderungstool für junge, akademisch junge Wissenschaftler. Und da hat man, kriegt man quasi Geld für seine eigene Stelle und für eine kleine Gruppe und halt so Verbrauchsgegenstände, um fünf bis sechs Jahre quasi sich als unabhängiger Forscher zu etablieren. Und ich bin hier auch am Kurs quasi als unabhängiger Gruppenleiter, also als Gastforscher. Und das ist aber auch eine befristete Anstellung. Das ist nicht was mit Langzeitperspektive. Ja, aber fünf bis sechs Jahre, das ist schon recht lang für ein Stipendium, oder? Also ich weiss es halt von der, also was ich so aus dem Studium und den Grand-Seminaren und so mitkriege, sind so zwei, drei Jahre, sind immer im Gespräch. Oder ist das… Genau, so Projekte, wenn man Projekte beantragt, sind das meistens so drei bis vier Jahre. Halt so lange, wie ein Doktorat dauern sollte. So diese Karriereförderungstools sind eben so fünf bis sechs Jahre. Und ich muss also sagen, so fünf bis sechs Jahre ist eher knapp. Und ich bin da sehr froh, dass das Kurs, also quasi den Beschluss gefasst hat, dass sie junge Gruppenleiter dann noch mit plus zwei Jahren unterstützen. Also ich habe quasi sechs Jahre unabhängiges Funding und dann noch zwei Jahre meine persönliche Stelle. Also es gibt mir sechs plus zwei. Und das ist aber eigentlich schon eher Standard. Also zum Beispiel das Enkel hat auch ein sechs plus drei Schema und auch in der Schweiz wären es vier plus zwei gewesen für das Fellowship. Also diese sechs Jahre für so Karriereförderungssachen sind eigentlich Standard. Okay, gut. Dann wollen wir doch mal fragen, woran arbeitet ihr jetzt eigentlich genau? Ihr habt schon Spaltöffnungen erwähnt. Woran genau forschst du jetzt und was möchtet ihr herausfinden? Vielleicht fängst du an und ich mache weiter. Also genau, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also meine Faszination Biologie und Entwicklungsbiologie entstand dann während dem Studium, als ich so wirklich mir bewusst wurde, dass halt alle multizellulären Organismen, also alle Lebewesen, die wir sehen in der Natur, alle Tiere, alle Pflanzen, die kommen alle aus einer einzigen Zelle. Also dass du quasi ein Legosteinchen hast, was sich teilen kann und dann verschiedene Legosteinchen machen kann in verschiedenen Farben und Formen, um so etwas Faszinierendes zu machen wie uns, was atmet, denkt, spricht, fühlt. Oder eine Pflanze, die in den extremsten Gegenden wachsen kann und sich auch vermehren kann. Das ist schon, so diesen Prozess zu verstehen, ist eigentlich meine Motivation. Und habe dann eben an Embryogenese, also an Embryologie gearbeitet im PhD, weil das ja quasi genau diese Schritte sind, von diesem einzelnen Legosteinchen zu vielen. Habe dann aber festgestellt, ah, das ist ein bisschen schwierig. Das ist schwierig, weil das ist im Samen eingebunden und es ist sehr schwierig, da dran zu kommen. Und habe mich dann für ein System entschieden, für meinen Postdoc und für meine zukünftige Forschung, was sehr viel einfacher zu studieren ist. Und das sind die Spaltöffnungen. Die sind an der Oberfläche von Blättern und die entwickeln sich quasi in einem Gewebe. Also es ist nicht so, dass das eine Zelle in einer Petrischale ist, in einem künstlichen System, sondern es ist eine Zelle, die sich in einem Gewebe, im Blattkontext entwickelt. Und wir studieren eigentlich, wie sich diese Spaltöffnungen, das sind Atmungsporen, die Gas austauschen zwischen Pflanze und Umwelt, wie sich die entwickeln. Und wir haben hier wirklich ein wunderschönes entwicklungsbiologisches System, wo wir Zellteilung, Zelldifferenzierung, Zell-Zell-Kommunikation studieren können. An welchem Organismus studiert ihr das? Genau, wir machen das mit Gräsern, mit Brachypodium dystachion. Das ist ein Modelgras, das ist die zweierige Zwänke auf Deutsch. Nicht, dass das wahrscheinlich jemand kennen würde. Das ist ein Gras aus dem Nahen Osten, verwandt mit Weizen und Gerste. Und wir benutzen das, weil es klein ist, ein super Modellorganismus. Wir können es transformieren, also wir können transgene Pflanzen damit machen, wo Heike sicher später noch ein bisschen darüber sprechen will. Und das Spannende für uns ist, dass Gräser haben sehr innovative Spaltöffnungen. Also die sehen ein bisschen anders aus als die konservierte, die ursprüngliche Form, die einfach zwei Zellen sind. Die Gräser haben vier Zellen, ein bisschen andere Formen und die sind sehr viel effizienter. Also die können schneller öffnen und schliessen. Und wir wollen eigentlich herausfinden, wie machen Gräser ihre innovativen Spaltöffnungsformen und wie tragen diese innovativen Formen dazu bei, dass die schneller öffnen und schliessen können umso besser, also wassersparender sind. Also meine Eltern sagen dem Auto, mein Sohn, der arbeitet an wassersparenden Gräsern. Das ist so ein bisschen das Schlagwort, was anscheinend ganz gut ankommt. Okay. Aber ich meine, es gibt ja einen Grund, weswegen viele mit Arabidopsistan arbeiten und es ist ja auch super gut etabliert und einfach zu halten. Wie sieht es bei den Gräsern aus? Wie gut arbeitet es sich mit den Gräsern? Wirst du da vielleicht? Ja, das ist, ja. Ich habe auch während meinem Postdoc nur mit Arabidopsis gearbeitet und habe dann hier angefangen mit Brachypodium zu arbeiten. Und es war am Anfang eine Herausforderung, selbst sie im Greenhouse wachsen zu lassen. Also sie sind deutlich anfälliger als Arabidopsis. Und das größte Problem ist die Transformation. Also transgene Pflanzen zu bekommen, ist sehr ineffizient und sehr arbeitsintensiv. Und das ist, glaube ich, unsere größte Herausforderung. Dadurch, dass wir mit viel transgenen Pflanzen arbeiten, die beantworten quasi unsere Fragen, braucht es sehr viel Zeit. Aber es ist natürlich auch spannend, weil uns die Arbeiten mit, wir nennen es Brachy, öffnet uns die Tür zu ganz vielen anderen Pflanzenspezies. Also wir sind gar nicht so nur auf Brachy fokussiert, sondern dadurch, dass wir die Herausforderung kennen, mit einer weniger Modellpflanze wie Arabidopsis zu arbeiten, haben wir, glaube ich, nicht so eine Hemmung, auch uns an andere Spezies heranzutrauen. Was wären das für Spezies? Was bringen die für Vorteile? Womit wir zum Beispiel im Moment ein bisschen versuchen zu arbeiten, ist eine Karex-Spezies. Das sind Rietgräser. Setsche sind auch Poales, nicht Poaceae, also nicht so wie die Süßgräser. Und die haben quasi diese spezifische Schliesszellform nicht. Die haben auch vier Zellen, aber denen fehlt so quasi der letzte Schritt zur kompletten Innovation. Und dann gucken wir auch noch eine Sukkulente an, das ist Calencoe Laxiflora. Die hat auch Nebenzellen, also die hat auch diese Extrazellen, die auch Arabidopsis nicht hat. Aber die sind ontogenetisch ganz anders, also sie haben einen anderen Ursprung. Die sind quasi von der gleichen Vorläuferzelle wie auch die Schliesszellen, währenddem in Gräsern die Schliesszellen und die Nebenzellen verschiedene Vorläufe haben. Und uns interessiert, wie man quasi ein ähnliches Produkt kriegt mit ganz unterschiedlichen entwicklungsbiologischen Programmen. Und das ist so. Und darum, ich glaube, das ist wichtig, was Heike gesagt hat. Brachypodium ist, also Gräser sind berüchtigt dafür, sehr schwierig zu transformieren zu sein. Und Brachypodium ist eigentlich noch ein gutes Beispiel dafür. Also Mais und Weizen und Gerste, es ist noch viel mühsamer als Brachypodium. Darum arbeiten wir auch damit. Aber eben, es nimmt uns quasi die Hemmschwelle, das auch auszuprobieren mit anderen Spezies, wo wir halt interessante biologische Fragestellungen bearbeiten können, die in Arabidopsis oder in dem Fall auch vielleicht im Brachypodium gar nicht möglich sind. Ihr habt es jetzt schon mehrfach angesprochen, das Transformieren und transgene Pflanzen. Ich glaube, es wäre vielleicht super hilfreich, wenn wir da mal ein paar Sätze zu sagen. Was genau versteht man denn unter Transformieren und transgene Pflanzen? Sprich, was wollt ihr in die Pflanzen einbauen mit genetischen Tools? Genau, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd im Labor. Ich, also man kann sich das vorstellen, ich isoliere ein Embryo aus dem Samen von Brachy und lege den Embryo auf ein Nährmedium, was gewisse Pflanzenhormone hat. Und dieses Pflanzenhormon induziert undifferenzierte Zellen und totipotente Zellen. Das nennt man Kallus und der Kallus wächst dann für ein paar Wochen auf dem Nährmedium und dann transformiert man diesen Kallus mit Acrobacterium Tumifaciens. Das ist ein Bodenbakterium und das hilft quasi uns, das infiziert quasi den Kallus und bringt die DNA, die wir gerne untersuchen möchten, bringt es in den Kallus rein. Und die DNA, die uns interessiert, sind zum Beispiel gewisse Reporter, wo wir sehen wollen, das Protein, wo ist es im Blatt, in welcher Zelle, ist es spezifisch nur in Stomata oder auch in anderen Zellen. Oder was uns natürlich auch interessiert, sind gewisse Mutanten, also wir schalten quasi Gene aus, wo wir verstehen wollen, was machen die während der Entwicklung und was ist der Phänotyp, den wir dann durch das Ausschalten bekommen. Genau und das Acrobacterium infiziert unseren Kallus und bringt unsere DNA rein und dann selektieren wir mit einem Antibiotikum für die positiv transformierten Zellen und dann wechseln wir das Nährmedium erstmal zu Blattinduktion und dann transferieren wir quasi den Kallus mit dem Blatt auf wurzelinduziertes Medium und am Schluss haben wir ein kleines Pflänzchen, was hoffentlich transgen ist und was wir untersuchen können. Das klingt super aufwendig. Ist das im Vergleich, also funktioniert das bei anderen Pflanzen, wie beispielsweise Arabidopsis, einfacher? Viel einfacher. Bei Arabidopsis muss man nicht über den Kallus gehen, sondern bei Arabidopsis dippt man quasi die Blüten in eine Acrobacterium-Lösung und genau, dann muss man nicht über diese langwierige Kallus-Kultur gehen und Arabidopsis ist auch deutlich effizienter und hat natürlich auch eine viel kürzere Generationszeit, also die von Transformation zu Transformation. Die Bracky-Transformation dauert, wenn man so von Samen zu Samen geht, so circa sechs Monate. Und im Vergleich dann zu Arabidopsis ist das? Ungefähr drei würde ich sagen. Okay. Ja. Also das muss man dann auch bei der Planung von Experimenten berücksichtigen. Sprich, wenn ich jetzt für eine sechsmonatige Masterarbeit hingehe, mal geschwindene Transformation machen und mir das angucken wäre, wäre jetzt nicht drin. Nein, normalerweise sprechen wir mit MasterstudentInnen vorher, was denn ihr Projekt sein könnte, dass wir vielleicht die Proteine, die sie sich angucken wollen, vorher schon in Pflanze bringen, dass sie dann die Analyse machen können, sobald sie da sind. Also wichtig dazu zu sagen, wir haben das natürlich auch so ein bisschen optimiert im Labor. Also wir haben eigentlich immer diese Kallus, die wir auch brauchen in den wichtigen Genotypen, die haben wir erwachsen. Also wenn wir dann was haben, sind die meistens schon da. Also wir müssen nicht von Anfang an anfangen. Wir sparen da quasi so sechseinhalb bis acht Wochen. Also bis wir dann wirklich eine Pflanze angucken können in der T0, geht es ein bisschen schneller. Aber ja, also es ist im Vergleich zu Arabidopsis, ist das eine ganz andere Schiene. Nur eben so wie man Arabidopsis transformieren kann, das ist die Ausnahme. Also es geht eigentlich, am Anfang hat man Arabidopsis auch transformiert, so wie wir das machen, über Kallus und eigentlich alle anderen Pflanzensysteme transformiert man über Kallus, also über Gewebekultur. Und irgendjemand hat einfach mal rausgefunden, aber man kann einfach die Blüten rein tippen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass Arabidopsis macht halt pro Pflanze irgendwie, keine Ahnung, 5000 Zamen. Und die Effizienz ist extrem gering. Also man hat dann vielleicht fünf oder sechs positive Transformanten, aber das reicht natürlich, weil man kann effizient dafür selektionieren. Und im Vergleich, Barchipodium macht 100 bis 300 Zamen pro Pflanze. Also das ist schon eine andere Dimension. Wir haben Transformationen schon angesprochen. Was wären denn andere Methoden, die ihr im Labor so verwendet? Ja, also eben, wir machen Entwicklungsgenetik hauptsächlich und wir linken quasi unsere Entwicklungsgenetik, also die Form, die sich entwickelt, zur Funktion. Also was wir dafür brauchen, ist, was Heike schon gesagt hat, wir brauchen Reporterlinien, also das sind quasi Proteine, die getaggt werden mit einem Fluoreszenz-Protein, was wir dann unter dem Mikroskop beobachten können. Also es ist viel Mikroskopie mit dabei. Wir benutzen aber auch CRISPR-Cas9, also die Genschere, um Mutationen zu induzieren. Und dann gucken wir uns auch danach meistens unter dem Mikroskop halt an, ob sich jetzt irgendwie die Stomata noch normal bilden oder nicht. Also es ist sehr viel Mikroskopie dabei. Dann machen wir sehr viel Transkriptomik-Studien und das ist so ein bisschen, wir lesen quasi, oder wir messen sämtliche exprimierten Gene, also sämtliche Gene, die aktiv sind in gewissen Zellen, zum Teil im Einzelzellansatz, zum Teil aber auch ganze Blattzonen. Also wir gucken quasi, welche Genprogramme sind an oder nicht in den Zellen, die uns interessieren und können da dann vielleicht auch Funktionen oder auf mögliche wichtige Rollen in den Prozessen schliessen, die uns interessieren. Und dann machen wir eben diese Funktionstests. Und dafür haben wir, das nennt sich Lycor, das ist eine Marke, das ist eine Maschine, die kann quasi messen, wie viel Gase durch diese Stomata rein und raus gehen. Also was wir machen, wir nehmen ein Blatt an der Pflanze und klemmen das in so eine Kammer ein. Und in dieser Kammer können wir die Atmosphäre regulieren. Also wir können Licht regulieren, CO2-Konzentration, Feuchtigkeit und so weiter. Also alles, was die Pflanze auch wahrnimmt. Und können dann quasi messen, wie viel Wasser kommt aus dem Blatt, was eine Annäherung ist, also wie offen Stomata sind, und wie viel CO2 geht rein und bleibt drin. Also was eine Annäherung ist, wie viel CO2 assimiliert wird, also wie viel Photosynthese passiert. Und da können wir zum Beispiel, wenn wir von viel Licht zu wenig Licht gehen, dann wird die Pflanze die Stomata schliessen, weil wenig Licht heisst weniger Photosynthese, weniger Assimilation. Also will die Pflanze quasi den Wasserverlust reduzieren. Und das können wir messen. Also wir sehen dann, es kommt weniger Wasser aus einem Blatt. Und dann machen wir das Licht wieder stärker. Und dann plötzlich, oh, meine Stomata sind zu zu, ich muss die wieder aufmachen, um die Photosynthese zu sättigen. Und dann gehen die Stomata wieder auf und das können wir auch sehen. Also wir messen da extrem quantitativ Spaltöffnungsbewegungen. Natürlich als Mittel über eine kleine Blattregion, aber trotzdem sehr quantitativ. Sprich, ihr habt dann eine Transformation von einer Pflanze mit irgendeiner gewissen Mutation, die euch interessiert. Und dann könnt ihr das mit dem Wildtyp vergleichen, wie dann beispielsweise Photosynthese und die Reaktion auf weniger Licht funktioniert. Ganz genau, ganz genau. Und du hast gesagt, ihr habt euch die aktiven Gene in einer Zelle angeschaut. Wie stelle ich mir das vor? Ihr habt jetzt dann euer Blatt mit eurem Stomata und dann interessieren euch die Helferzellen. Und dann isoliert ihr die? Macht ihr das händisch? Oder wie funktioniert das? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Es gibt so seit ein paar Jahren, gibt so ein ganz neues, eine ganz neue Methode, wo ein bisschen alle Entwicklungsbiologen komplett drauf springen. Das nennt sich Single-Cell-Arny-Sequencing. Also da gibt es einen Trick, man dissoziiert quasi einfach Gewebe und gibt dann diese, also da haben wir Einzelzellen und gibt dann diese Zellen in so ein Gerät, was quasi einzelne Zelle mit einem kleinen, was ist ein Beat auf Deutsch? Mit einer Perle. Ja, quasi mit einer Perle genau kombiniert. Und auf dieser Perle ist die ganze Chemie, um quasi die RNA, was ja das quasi ein Proxy ist für aktive Gene, sammeln kann und dann umschreiben kann in eine cDNA, die dann eine Maschine lesen kann. Und man kann schlussendlich mit, durch das unsere Computer sehr viel stärker geworden sind heutzutage als noch vor ein paar Jahren, und es sehr kluge Leute gibt, die extrem viel von Statistik verstehen, gibt es Pipelines, die dann quasi danach diese Zellen, je nach welcher Gene aktiv sind, wieder gruppieren können. Und wir haben natürlich, wir wissen, gewisse Gene sind aktiv immer in diesen Zellen. Also zum Beispiel Pharma ist ein mega wichtiger Transkriptionsfaktor, so ein Entscheidungsgen für die Schliesszellen. Also wissen wir, die Gruppen, die Pharma exprimieren, sind dann die Schliesszellen. Und andere Gruppen exprimieren zum Beispiel etwas, was wichtig ist für die Leitgefässe. Oder wieder andere Gruppen exprimieren, was wichtig ist für Photosynthese. Da wissen wir, dass das Mesophyll, die innen von der Zellen. Und so können wir halt verschiedene Zelltypen auseinanderfremeln. Man könnte die auch einzeln isolieren mit anderen Methoden, aber das ist mühsamer. Und hat andere, also es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile für verschiedenste Methoden. Aber wir probieren möglichst nah an diese Nebenzellen zu kommen. Das hast du schon richtig gesagt. Und das versuchen wir mit verschiedenen Methoden. Aber ich habe das Gefühl, mit der sind wir jetzt vielleicht fast am nächsten gekommen bis jetzt. Ja, und es ist natürlich auch spannend, weil wir, früher war das tatsächlich so, dass man sich, man konnte mit einem Laser die Zellen quasi, die einen interessieren, rausschneiden und davon die Gene lesen. Aber was für uns auch spannend ist, ist auch die anderen Zellen im Blatt zu verstehen. Also was geht in den Nachbarzellen oder in den Zellschichten darunter? Was ist da eigentlich los? Und das ist auch der große Vorteil von der Methode, die wir im Moment benutzen. Und ganz besonders ist halt eben das Bracky. Da arbeiten nicht viele Leute dran. Und alles, was wir halt finden, ist irgendwie neu. Es ist nicht so, dass das auch über das Blatt schon in fünf verschiedenen Laboren so analysiert wurde. Also das Brackyblatt, das macht sonst niemand so im Moment. Und das ist halt schon ganz spannend, da zu gucken, was macht denn das Gras anders als die Standardpflanze im Labor. Heißt, man hat dann viele Ureka-Momente, wenn man wieder was Neues lernt? Ja. Ja, hat man. Aber man hat auch viele, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also es ist nicht immer nur so. Also meistens ist es so, dass wir zuerst mal ein bisschen grübeln müssen. Weil halt alles Neues. Da hat man nicht die Literatur, mit der man vergleichen kann. Genau. Wir implizieren viel von Arabidopsis natürlich, aber eben oft ist das halt schon auch ein bisschen anders. Aber nee, natürlich. Wir nennen das so ein bisschen low-hanging fruits. Die gibt es natürlich, wenn man in einem neuen System arbeitet. Gibt es die? Der Nachteil ist, dass man nicht immer ernst genommen wird. Also zum Beispiel Bracky wurde sehr als Modell für Nutzpflanzen, für unsere, wie sagt man, für Getreidepflanzen verkauft. Und alle Leute, die halt auf Gerst oder auf Weizen forschen, die sagen, wir machen es doch auf Gerst oder Weizen. Interessiert uns doch nicht, was in Bracky ist. Unser Ansatz ist aber ein bisschen anders. Wir wollen halt einfach spezifische entwicklungsbiologische Fragen für Gräser stellen. Nicht unbedingt schon die Getreide. Wie optimiere ich jetzt dieses Getreide? Genau, ganz genau. Nicht schon die Anwendung im Kopf zu haben. Und dafür ist es wirklich ein grossartiges Modell. Und ein anderer Nachteil ist halt, alle Methoden entwickelt man quasi selber. Und alle Reagenzien. Wir haben jetzt gerade die ersten induzierbaren Gene bei uns im Labor. Und das war so, wow. Und ich meine, das macht auch Arabidopsis, das machen die nach Arabidopsis seit 20 Jahren, Gefühl. Also, ja. Ja, viel Eureka, aber schon auch manchmal Frust und Schweiß. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Wir haben jetzt schon die verschiedenen Methoden gehört. Wie sieht es denn in der Praxis dann aus? Also ich, mein Tag fängt eigentlich im Gewächshaus an. Ich fahre von zu Hause direkt ins Gewächshaus und gucke nach meinen Pflänzchen und gucke, ob schon irgendein Embryo isoliert werden will. und gehe dann ins Labor. Und dann besprechen wir auch oft, was am Tag so ansteht. Und ich mache die Zellkultur zusammen mit einem Team, mit Barbara und Pratika. Und ich spreche viel mit denen auch, was zu tun ist und wer was macht. Und setze Kalli von Platte zu Platte und mache Bestellungen fürs Labor und so die tägliche Organisation. Mittags essen wir viel zusammen und sprechen über unterschiedliche Projekte. Ja, und es ist eigentlich viel, viel Sprechen. Und ich bin viel an der Sterilbank und arbeite mit meiner Kultur. Ich bin hauptsächlich am Computer. Es ist wirklich bitter, aber warm. Ich spreche auch sehr viel mit Leuten. Also über dieses tägliche Planen von Projekten mit den Leuten ist eigentlich im Moment noch, mache ich sehr viel. Und dann eben Heike und ich machen eigentlich mehr so diese grösseren strategischen Planungen. Okay, jetzt haben wir quasi zwei Möglichkeiten, wie sich ein Projekt entwickelt. Was machen wir zuerst? Was ist wichtiger? Also eben, ich rede viel mit Leuten. Ich schreibe sehr viel. Also da das im Moment, da die Forschung eigentlich die ist, die ich im Postdoc gemacht habe, schreibe ich die Anträge. Dann schreiben wir Reviews, Paper. Ich mache bis zu einem gewissen, gerade auch relativ viel Lehre. Also es kommt ein bisschen, je nach Saison ist es mehr, ist es mal weniger. Und dann kommt halt noch so anderes Zeug dazu. Administrative, sowohl da hast du einen sehr grossen Teil. Wir haben auch eine Adminhilfe, die Ines, die hilft uns sehr, sehr viel. Also ohne sie wären wir total verloren im deutschen Bürokratie-Dschungel. Ja, also eben, ich habe mal mit einem Berühmten Professor von der UC Riverside gesprochen. Und wir haben so gefragt, und wie ist so dein Job? Und der so, mein Job ist super. Ich rede quasi den ganzen Tag mit schlauen Leuten. Und es ist wirklich so, ich rede sehr viel mit verschiedenen Leuten. Und das ist echt ein schöner Teil meiner Arbeit. Das ist dann sicherlich auch wichtig, um so ein bisschen die Connections zu machen, wirklich dann auch die Dinge zu verstehen, die man sieht in der Forschung, oder? Genau, ja. Und wir reden vor allem viel mit unseren Leuten, weil sie machen ja die eigentliche Arbeit. Also das ist das Gute. Wenn man Gruppenleiter ist, hat man plötzlich ganz viele Hände, die seine Arbeit machen. Und wir gucken uns die Ergebnisse an und versuchen zusammen mit den Leuten Hypothesen aufzustellen und zu überlegen, wie es weitergeht. Ja, total. Also wir haben auch ganz viele Gehirne. Nur unsere Gehirne sind schon ein bisschen länger dabei und haben so ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und ich glaube eben für die Leute ist es mega wichtig, halt mit ihren Resultaten zu kommen, in ihrem Projekt und mit uns zu sprechen, damit wir ihnen helfen können, das so ein bisschen in den größeren Zusammenhang stellen. Ich glaube, das ist unsere wichtige Aufgabe. Und zum Teil auch zu sagen, hey, ich würde jetzt eher das Experiment machen vor dem, weil eben das kommt mit der Erfahrung, wenn man halt schon viel gearbeitet hat im Labor und schon oft in die falsche Richtung gerannt ist. Genau. Das ist die perfekte Überleitung für meine nächste Frage, nämlich wie groß ist denn eure Gruppe? Und wie teilt ihr das auf? Habt ihr mehr PhD-Studentinnen? Habt ihr mehr Masterstudentinnen, Bachelors? Also wir haben seit Oktober unsere erste Postdoc, da sind wir sehr glücklich drüber, haben wir lange drauf gewartet. Also eine Postdoc, wir haben vier PhD-Studentinnen, zwei Masterstudentinnen, eine Hiwi, eine Teilzeit-TA, im Moment noch einen Gast aus Polen, einen Professor, der für ein paar Monate bei uns ist und eine Rotationsstudentin. Weil du am Anfang meintest, du hast Funding für eine kleine Gruppe, das klingt jetzt gar nicht mehr so klein. Nee, das stimmt. Zeit ist ein bisschen zusätzliches Geld noch reingekommen. Also da ist zum Beispiel die Postdoc dran. Dann hatten wir aber auch das Glück, dass wir zwei grandiose PhD-Studentinnen, Kandidatinnen gekriegt haben, die ihre eigenen Stipendien haben. Und dann eben halt Masterstudentinnen und Rotationsstudentinnen, die bezahlen wir nicht. Also die kommen halt dazu, weil sie interessiert, was wir machen und oder, und oder, weil sie finden, dass unsere Gruppe eine spannende Zusammensetzung hat. Alles klar. Ich würde vorschlagen, wenn ihr zu diesem Punkt Arbeit in der Gruppe nichts mehr sagen möchtet, dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Blog. Ich glaube, eine Sache, die wir noch sagen wollten, ist, dass wir in der Gruppe, was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir einen Raum schaffen für die Leute, wo sie mit Spaß Wissenschaft machen können. Also das ist uns wirklich ganz wichtig, dass wir auch extrem flache Hierarchien haben, dass jede Idee willkommen ist. Also wir fördern und fordern aber auch von unseren Leuten, dass sie mitdenken. Und ja, dass sie uns, wenn sie denken, ach nee, das ist total die doofe Idee. Wir wollen immer, dass sie es sagen, weil aus jeder Idee, die am Anfang vielleicht nicht so Sinn macht, kann man oft auch noch was weiterentwickeln. Und uns ist wirklich wichtig, dass wir auch einen egalitären und inklusiven Raum schaffen. Also dass jeder so sein kann, wie er ist. Das ist extrem wichtig für uns. Also Hautfarbe, Sexualität und alles ist komplett egal bei uns. Und wir fordern auch, dass das für die Leute egal ist. Das steht ganz klar in unserem Landmission Statement, dass Diskriminierung jeglicher Art nicht erlaubt ist. Und das würde auch, könnte bis zum Ausschluss aus der Gruppe führen. Das ist etwas, was uns extrem wichtig ist, weil es ist ein schwieriges Business. Man ist sehr oft halt in seinem Projekt und sehr viel Frust mit dabei, wenn Sachen nicht funktionieren. Und es darf dann unserer Meinung nicht sein, dass da noch andere Frustrationen mitschwingen dürfen, weil eben das Leben bietet viel Frust. Die Arbeit an sich bietet viel Frust. Also die Gruppe sollte wirklich was Offenes und was Integratives und Unterstützendes haben. Das klingt super positiv. Also das ist, ja, klasse. Schön, schön, dass du es noch erwähnt hast. Freut mich. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen einen Schritt weiter. Nämlich, eure Gruppe unterscheidet sich ja so in gewisser Weise ein bisschen von den anderen, die wir hier jetzt am Kurs haben oder die man generell in der Wissenschaft findet. Und ihr seid beide Wissenschaftler. Ihr seid Co-PIs, so habt ihr euch vorgestellt. Auch als ich schon Talks von dir gehört habe, hieß es immer Co-PIs. Ihr seid E-Leute und zusammenleitet ihr diese Gruppe. Das ist ja was, was man, also ich habe das in der Form noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Das war am Anfang, als wir aus den USA zurückgekommen sind, war das nicht, wir sind nicht mit dem Ziel hierher gekommen, um zu sagen, lass uns die Gruppe zusammen machen, sondern wir sind hierher gekommen und ich habe mich auf Jobs beworben und Michi hat hier die Stelle angefangen. Und wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass der transatlantische Umzug für unseren Sohn relativ schwierig war, auch für uns. Und dass der Übergang von Postdoc zu Gruppenleiter für Michi auch eine große Herausforderung war. Also als Postdoc ist man ja noch im Labor und arbeitet aktiv an seiner Forschung und plötzlich hat man eben so Sachen wie Lehre und Administration und plötzlich Sachen, die man eigentlich so nie gelernt hat. und da habe ich gemerkt, dass Michi am Anfang sehr gekämpft hat und ich habe gemerkt, ich könnte ihm dabei helfen. Und dann hatte Michi die Stelle für eine technische Assistentin offen und wir haben uns unterhalten und ich habe gesagt, komm, wir machen das zusammen, wir versuchen das als Familienbusiness, das gibt uns auch als Eltern eine Flexibilität, auch für unser Kind da zu sein. Und dann haben wir das so gemacht und war am Anfang, haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal für ein Jahr. Und das hat aber so gut funktioniert, dass wir das jetzt wirklich mit Freude jetzt schon seit drei Jahren machen. Genau, also ich würde gerne dazu sagen, dass ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt, ganz besonders, weil es halt so gegen aussen sieht so aus. Ich habe die Gruppenleiterstelle als Mann und meine Frau hat die TA-Stelle. Das ist überhaupt nicht so, wie wir denken und so, wie wir das eigentlich auch scheinen lassen wollen. Also innerhalb von der Gruppe ist sehr klar, dass das egalitär ist zwischen uns. Und es ist auch klar, dass es eigentlich keine Vehikel gibt, wie wir es machen könnten, so, wie wir es wollten, halt wirklich auf diesen egalitären Stellen. Im Moment, dass ich glaube, dass die Wissenschaftswelt da noch nicht ganz so weit ist. Und darum habe ich mich sehr gewehrt dagegen eigentlich am Anfang. Wir haben dann gemerkt, eh, das funktioniert super. Wir können echt richtig gut zusammenarbeiten. Ich hatte das Glück im Postdoc, dass bei mir halt die Projekte mega gut funktioniert haben. Bei Heike war es ein bisschen schwieriger, technisch bedingt hauptsächlich. Und war das halt am Anfang, okay, ich probiere es, Heike lässt sein. Und so hatten wir wirklich dieses In gefunden für uns beide, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können, dass auch Heike weiterhin Wissenschaft machen kann. Und eben gleichzeitig gibt es uns diese riesengroße Flexibilität für unsere Familie und als Eltern halt, ja, uns einen Beruf und unsere Familie zu integrieren. Das ist ja ein Beruf, den man nicht einfach, es ist kein 9-to-5-Job. Ich hatte mich eben während meinem Postdoc wirklich ganz bewusst gegen eine akademische Karriere entschieden, weil ich wirklich gemerkt habe, ich kann nicht die Mutter sein, die ich gerne wäre und ich kann auch nicht die Wissenschaftlerin sein, die ich gerne wäre. Also ich habe wirklich nach der Geburt von unserem Sohn gemerkt, ich war so ein bisschen verloren und habe gesagt, das ist nichts für mich. Ich mache mich körperlich und psychisch auch kaputt und habe dann gesagt, ich mache das nicht weiter und habe dann durch die Stelle hier wirklich wieder Freude an der Wissenschaft gefunden und habe gemerkt, wenn man das zusammen macht und sich auch so ein bisschen, wir ergänzen uns, glaube ich, ziemlich gut, dass gewisse Dinge, die mir widerstreben, kann Michi puffern und genau andersrum. Von daher war das für uns wirklich eine absolute Win-Win-Situation. Total. Also es klingt, so wie ihr es erzählt, klingt es ja eigentlich schon fast nach einer optimalen Lösung. Wenn ihr noch was verbessern könntet? Also der Nachteil ganz klar ist die Sichtbarkeit von mir und das ist sicher auch was, was die größte Reibung bei uns, zwischen uns auch generiert. Also das ist halt Reisig Lab und Michi ist der Chef und ich werde geduldet quasi und Leute, die uns gut kennen, wissen natürlich jetzt auch, wie es läuft bei uns und finden das auch gut. Das ist die Wirkung nach außen, die du jetzt beschreibst. Genau. Und das hat mich sehr gestört oder stört mich teilweise immer noch und da geraten wir manchmal auch ein bisschen aneinander, weil gewisse Situationen würde ich mir noch wünschen, dass es noch mehr kommuniziert wird, aber Michi probiert das schon. Aber das ist sicher mein grösster Nachteil. Ich glaube, das ist wirklich das Schwierigste. Eben wie ich vorher schon gesagt habe, so dieses patriarchalisch anmutende System von eben Mann, Professor, also nicht, dass ich schon Professor wäre, aber Mann, Gruppenleiter, Frau, TA, sowie eben Mann, Chefarzt, Frau, Krankenschwester. Das ist überhaupt nicht das, was wir eigentlich transportieren wollen gegen außen. Also wir wollen halt wirklich Champions sein für Equality und egalitäres Arbeiten und so. Und irgendwie lässt uns die strukturellen Bedingungen hier das nicht anders zu. Ich glaube, wir haben das gut gelöst. Und also eben abgesehen davon, ein riesen Nachteil ist natürlich, dass unsere Löhne so auch ganz anders sind. Und es macht, wir sind verheiratet, das geht alles aufs gleiche Kontos, das kommt in dem Fall nicht drauf an, aber so langfristig, wenn man an Rente denkt und an Altersvorsorge und so macht das natürlich einen Riesenunterschied. Wir versuchen das zu puffern, wir haben so gewisse Sachen gemacht, um das ein bisschen auszugleichen, aber das ist natürlich etwas, was, also das stört mich extrem, dieses eben patriarchen Bild. Ja, da fehlt dann so die systemische Grundlage, um das wirklich anzugehen. Also ich glaube, ein Nachteil, der auch noch ist, den wir, glaube ich, ganz gut im Griff haben, aber den ich mir vorstellen kann, wenn es Spannung im Labor gibt, man nimmt es immer mit nach Hause. Also wenn man miteinander arbeitet und es läuft irgendwas nicht, dann lässt man das nicht bei der Arbeit, sondern es ist halt immer ein Teil von uns, aber dadurch, dass unsere Arbeit sowieso omnipräsent ist in unserem Leben, also egal, ob ich jetzt einen anderen Job gehabt hätte, wir sprechen extrem viel über unsere Ideen und über Wissenschaft auch zu Hause. Unsere Kinder sind da extrem mit dabei, die sind immer mal wieder mit im Labor und von daher ist es für uns eher ein Vorteil, also dass wir teilweise, wenn es zu Hause, oh hektisch und Kinder und du bringst die und ich bring den und dass, wenn wir uns dann hier treffen, ist es wirklich erst mal so, hallo. Das ist wirklich, wir haben Paarzeit zusammen, was vielleicht verrückt klingt, aber dass wir wirklich ungestört miteinander sprechen können und Ideen austauschen. Genau und ich glaube, es ist auch wichtig, also dass wir diese ungestörte Zeit haben, diese Paarzeit, das ist ein Riesenvorteil eben für uns, kann für andere ein Nachteil sein. Ich glaube auch, was wichtig ist, es ist ein Job eben, der viel von dir nimmt und Frustration mit sich bringt, die zum Teil nicht so ersichtlich sind für Aussenstehende, zum Beispiel wenn Grant abgelehnt wird oder das Paper jetzt mit mega fiesen Reviews zurückkommt oder halt die PC ja nicht geklappt hat, es können relativ banale Dinge sein und ich glaube, für Aussenstehende ist das so, ja, aber es geht ja wieder um Leben und Tod noch macht ihr irgendwas, was direkte Anwendung oder Wertschöpfung hat und so, aber da wir das beide machen und beide die Frustration kennen, können wir da, glaube ich, auch sehr empathisch miteinander umgehen und uns so ein bisschen puffern. Also für uns funktioniert das super, das ist ein Familiengeschäft, ein Family Business, eben wir hätten es gerne systemisch und von der Visibilität her gerne ein bisschen anders, aber wir hoffen, dass das in der Zukunft möglich ist. Jetzt gerade, weil du es nochmal ansprichst zum Thema Visibilität, mir war das auch dann erst bewusst, als ich für dich diesen einen Vortrag da mal aufgenommen hatte. Vorher hatte ich dann auch nur, so aus der Vorlesung kannte ich halt Michi Reisig aus dem Reiseklerbe. Ja, und ich glaube, also wir haben uns schon viel drüber unterhalten, ob ich vielleicht auch Lehre übernehmen sollte, um einfach auch mehr mit Studenten in Kontakt zu kommen, aber ich hatte dann auch noch ein Kind und die Zellkultur ist so essentiell für unsere Wissenschaft, dass wir wirklich gesagt haben, wir müssen unseren Fokus im Moment ganz klar setzen und aber das ist sicher, was wir in Zukunft auch anders machen würden und ja, dass ich ein bisschen noch mehr nach außen trete. Ja, es gibt so Kleinigkeiten, wo man es ändern könnte. Zum Beispiel einer von unseren Konflikten war, ich tweet quasi immer zum Jahrestag vom Lab und ich weiß nicht mehr, was ich getweetet habe, habe ich irgendwas getweetet, I'm super happy, blablabla, ne? Und dann Heike so, du hättest hier we are super happy tweeten können und das hätte mich nichts gekostet, hätte aber einen riesen Effekt gemacht gegen außen. Also ich glaube, wir müssen in unseren Köpfen, also oder beziehungsweise ich muss in meinem Kopf das, ich versuche das möglichst inklusiv und als we zu gestalten und eben als die auch gesagt, hey, kündige uns bitte an als Domado Biology Lab und nicht als Reisig Lab. Na, das sind so Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, viel ausmachen schlussendlich. Wie du es gesagt hast, es kostet dich nichts. Es kostet mich nichts, ne? Ja, wobei man ja teilweise auch sagen muss, dass in der Wissenschaft auch viel Ego mit dabei ist, also das ist meine Gruppe und sind meine Studenten und ich glaube, manchen Leuten fällt es schon schwer, auch den Ruhm so ein bisschen zu teilen. Also Michi ist da wirklich extrem gelassen und sieht das alles als absolutes Teamwork und so, aber ich glaube, da gäbe es schon Leute, die nicht bereit wären, die Stelle auch zu teilen und die Position zu teilen. Von daher… Also man sieht es ein bisschen am Nobelpreis, ne? Es sind immer höchstens drei Namen. Eigentlich sollte man quasi das Finding Nobel verpreisen, und dann halt alle, die dazu beigetraut haben, sind halt dabei. Es ist ja wurscht, ob das zehn oder drei sind. Und da sieht man schon, also klar, es ist immer ein bisschen Ego mit dabei, ne? Und wäre es nicht gern erfolgreich, aber ich glaube, wir müssen uns in den nächsten paar Jahrzehnten ein bisschen von diesem irgendwas, irgendeine Errungenschaft oder irgendein Wissen gelingt zum Namen, von dem müssen wir ein bisschen wegkommen. Und eben, wir sind ein Teil von einem großen Wissenschaftssystem und wir tragen alle dazu bei, dass wir ein Stückchen näher an… Die Wahrheit klingt jetzt so ein bisschen tiefgründig, aber vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, aber näher an die Naturgesetze kommen, und da müssen wir uns vielleicht als Personen in Zukunft ein bisschen zurücknehmen und auch von diesen Königreichen, die die Professuren teilweise noch sind, ein bisschen wegkommen. Das ändert sich, das ist im Fluss im Moment, aber unserer Meinung nach ist es nicht dort, wo es sein könnte. Und ich glaube, die Wissenschaft an sich würde profitieren davon. Du hast es gerade eben schon angedeutet, also gesagt, dass ja die Zellkultur ist bei uns super wichtig für die Forschung. Dann wäre jetzt meine Frage, hast du ja schon angedeutet, es gibt wohl eine klare Verteilung der Aufgaben gibt es ja dann wohl schon. Und wer ist dann für was zuständig? Genau, also ich leite das Team zusammen mit Barbara und Pratika für die Zellkultur. Und ich nenne mich immer Lab Manager. Also ich versuche so alles, was so das tägliche Leben im Labor angeht, zu organisieren. Habe das Labor auch aufgebaut, also bestellt und sortiert und so weiter. Und ich sage immer, ich bin ein bisschen für den Fokus verantwortlich, weil Michi hat immer, wenn er ein Resultat sieht, hat er sofort zehn Ideen, die in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich versuche dann immer und sage, boah, ich weiß, du bist total happy, aber wir müssen jetzt mal gucken, wo das jetzt genau hinpasst, weil wir haben nur Geld für so und so viele Studenten. Wir haben nicht Geld für noch zehn weitere Leute. Also Michi hat so die Big Picture Ideen und möchte möglichst zehn neue Projekte anfangen. Und ich habe dadurch, dass das nicht mein Postdoc-Projekt war, immer noch eine ganz gute Sichtweise von außen auf das Projekt und sage dann immer, ich glaube, wir sollten in die Richtung vielleicht uns erstmal konzentrieren und versuche ihn so ein bisschen zu fokussieren. Genau. Ja, und eben dadurch, dass das halt mein Postdoc-Projekt war und ich schon viel länger in diesem Grass-to-Model-Business bin quasi, schreibe ich eigentlich auch eher die Anträge im Moment. Und eben bin ich im Moment so im Eins-zu-Eins mit den Leuten für die tägliche, oder nicht für die tägliche Planung, aber so für die monatliche Planung. Das ist noch eher meine Aufgabe. Ich glaube, so langfristig oder mittelfristig ist unser Ziel schon, dass Heike natürlich wieder mehr ihrer Qualifikation entsprechend auch mehr Big Picture tanken kann und sich vielleicht ihre eigene Nische innerhalb von dem oder ihre eigene Abzweigung innerhalb von unserer Forschung an sich nimmt und da auch eigene Projekte schreibt drauf. Aber im Moment ist es wirklich noch so ein bisschen, wir sind noch nicht ganz fertig mit der Etablierung. Ja, natürlich auch. Ich bin für eine gewisse Arbeit bezahlt, die natürlich auch nötig ist. Also die Organisation, die übernimmt sonst keiner und deswegen muss das natürlich auch gemacht werden. Also wir haben tatsächlich, obwohl wir so viele StudentInnen haben, haben wir ein begrenztes Budget und damit müssen wir arbeiten und die Arbeit muss gemacht werden. Aber alles, was Michi schreibt, lese ich auch wieder und wir diskutieren drüber und es wird immer hart kritisiert von Heike, zu Recht. Aber es ist ja auch super hilfreich. Nee, total, absolut. Eben, ich meine, wir haben einfach quasi zwei Hirne, die auf der gleichen Karrierestufe sind, die halt sowas zusammen machen und eben, das muss ein Vorteil sein für eine Uni auch. Also ich glaube, das wird sich auch langfristig durchsetzen, weil zwei sind immer besser als einer. Ist einfach so. Da passt jetzt die nächste Frage super, nämlich kennt ihr andere Gruppen, nur weil ich jetzt keine kenne, bedeutet das ja nicht, dass es keine gibt. Kennt ihr andere Gruppen, die das so ähnlich organisieren? Ja, wir haben letztens einen Zoom-Vortrag gehört über zwei Ärztinnen aus Würzburg, die sich einen Lehrstuhl teilen und mit denen haben wir auch persönlich gesprochen und eben gefragt, wie sie das gemacht haben, weil wir tatsächlich nicht gewusst hätten, wie man sich jetzt auf eine Stelle zu zweit bewirbt. Aber sie haben ganz klar auch gesagt, sie haben beide Bewerbungen in eine Mappe gesteckt und haben das abgeschickt und gesagt, wir möchten beide zu gleichen Teilen auf diesen einen Lehrstuhl, was wir total spannend fanden, weil das hätten wir uns wahrscheinlich nie getraut, sondern er hätte seins geschickt und ich meins und man bewirbt sich auf dieselbe Stelle und dann könnte man irgendwann mal sagen, wir könnten uns das auch teilen, aber wir fanden das eigentlich eine ganz gute Idee, wirklich von Anfang an klar zu kommunizieren, dass man das zusammen machen möchte. Und die haben beide 70 Prozent, gell? Genau, am Anfang war das auf 50 Prozent. Natürlich, es war eine 100-Prozent-Stelle, aber dann hat die Uni auch gemerkt, das bringt uns Riesenvorteile, dass das zwei Leute machen und haben sie dann aufgestockt auf zweimal 70 Prozent. Ist das was, was ihr realistisch, nicht was ihr möchtet, sondern was ihr realistisch denkt, dass das Zukunft hat, dass sich das durchsetzt? Ich hoffe. Oder ist das stark von den Leuten abhängig? Ich hoffe ganz stark, wobei das Wissenschaftssystem oft leider nicht dafür bekannt ist, dass es Schnelländerungen macht, weil es gibt natürlich immer noch extrem viele Leute auf dem Markt, die auch alleine auf eine Stelle super passen würden und manchmal ist so diese Veränderung natürlich auch riskant und manchmal habe ich das Gefühl, dieses Risiko ist nicht so beliebt, sondern man denkt, ach, wir bleiben lieber dabei, was wir kennen, da wissen wir auch, wie das funktioniert. Als Ehepaar kann man sich natürlich auch vorstellen, vielleicht werden da auch viele ein bisschen zurückhalten und denken, was ist, wenn die sich vielleicht mal trennen? Also das kann natürlich auch schon auch Nachteile geben, aber für uns ist dieses zusammen sich eine Stelle teilen nicht mal nur, weil wir Eheleute sind, sondern wir glauben auch, dass das gut funktionieren könnte mit einfach Kollegen und teilweise eventuell sogar mit zwei WissenschaftlerInnen aus zwei unterschiedlichen Disziplinen, die einen ganz anderen Fokus irgendwie und eine Sichtweise bringen. Also ich hoffe, dass das langfristig sich vielleicht durchsetzen könnte. Ich glaube, es gibt so ein bisschen eine Tendenz dazu, die Professuren zu verkleinern, was ich eigentlich eine gute Tendenz finde, dass man halt lieber mehrere kleine Gruppen hat als eine riesige und das spielt vielleicht dem ein bisschen in die Hände. Wir müssen natürlich auch bereit sein, bis zu einem gewissen Grad auf Lohn zu verzichten und zu sagen, ja, wir machen das dann halt nur in einem 80-Prozent-Angestelltenverhältnis. Und eben dafür eröffnet es ein, Möglichkeiten für Familienleben und so weiter. Also ich hoffe, dass sich das ändert. Ich glaube, alle, die es gemacht haben bis jetzt, haben gute Erfahrungen gemacht damit. Aber es ist halt, wie du sagst, man kennt die Beispiele nicht. Das sind wirklich, wir können sie auch an einer Hand abzählen. Was müsste denn geschehen? Müsste es einfach so dieses Angebot, okay, ihr könnt die Stelle, also entweder nimmt einer die Stelle für 100 Prozent oder wir stellen zwei Leute ein für 70 oder 50 oder wie auch immer, dass das einfach als Option da ist. Das würdet ihr euch wünschen? Ja, allein schon, dass man einfach offen bleibt für diese Möglichkeit. Also es ist jetzt nicht, dass man jede Stelle teilen muss, sondern wenn man vielleicht sogar sieht, man bekommt tolle Bewerbungen und denkt, wow, diese zwei würden sich thematisch super ergänzen, dass man irgendwie drüber spricht und sagt, könntet ihr euch das vorstellen, auch zusammen zu machen. Und in Amerika, in Cornell haben sie eine Stelle ausgeschrieben und da haben sich die Leute einzeln beworben und sofort nach der Bewerbung wurden Teams gebildet. Und diese Teams haben dann Vorträge und Themen entwickelt und sind dann auch zusammen eingestellt worden. Und ich finde das innovativ und das bringt sicher auch Nachteile, wenn man sich noch nicht so gut kennt wie wir, wo man auch, klar, Persönlichkeiten vielleicht klappt es auch nicht so gut, miteinander zu arbeiten, aber einfach offen dafür zu sein, das würde ich mir wünschen. Genau. Und ich meine, wir haben es schlussendlich jetzt ein bisschen durchs Hintertürchen gemacht, ne? Und vielleicht müssen wir das auch in Zukunft machen, mal schauen. Aber ich habe das Gefühl, so dieses, also eben dieses Dual Career, ne? Dass man fragt, ja, und wie sieht es denn aus? Was macht denn dein Partner oder deine Partnerin, ne? Das ist in Amerika eigentlich ein bisschen etablierter, ne? Hier nennt man es Two-Body-Problem, ne? Dort ist das Dual-Career-Ding. Also es ist so ein bisschen, merkt man schon am Framing. Genau, merkt man schon am Framing ein bisschen. Ich glaube, das ist auch was, was man, aber da muss man halt systemisch was ändern, dass man diese Stellen auch hat. Weil es natürlich auch klar ist, also ich meine, wir sind jetzt fast 40 und sind immer noch auf einem Zeitvertrag. Das bedeutet, wir sind extrem viel umgezogen und einer ist oft früher dran als der andere und dann muss man immer eine Lösung für den Partner finden. Das ist ja extrem unattraktiv, wenn der eine immer umziehen muss wegen seinem Job und der andere zieht einfach mit und hat überhaupt keine Perspektive. Also ich finde es wirklich, ich finde, man verliert Potenzial dadurch und ich finde, wenn man sich als Partnerin auch willkommen fühlt, gibt es einen ganz anderen Anreiz, auch an den Ort zu gehen. Und eben sind nicht alle Orte so gesegnet mit möglichen Stellen wie Heidelberg. Also da gibt es auch Orte, die sind halt reine Unistädte und da gibt es außerhalb von der Uni nichts. Und dann ist es sehr unattraktiv für zwei Wissenschaftlerinnen an so einen Ort zu gehen. Also das muss man sich schon, eben mal gucken, vielleicht ändert es sich ja in den nächsten, Wir wollen auf jeden Fall einen Punkt damit machen und sagen, für uns funktioniert das gut und wir hoffen, dass wir auch ein Vorbild sein können. Ja und eben ganz ehrlich, also wir sind nur so weit mit unserer Forschung, weil wir das zu zweit gemacht haben. Also wir schreiben unser ersten Paper, weil wir das zu zweit gemacht haben. Wir haben extra Funding reingekriegt, weil quasi das Day-to-Day-Business organisiert war. Da hatte ich Zeit, um quasi extra Funding einzutreiben, ohne dass ich irgendwie komplett mein Privatleben über längste Zeit opfern musste. Also es war wirklich eine Win-Win für unsere Forschung und für uns als Individuen. Das ist ein super Punkt, um jetzt zum letzten Block voranzugehen. Ich habe mal auf die Uhr gespickt, so langsam. Es sei denn, es gibt noch was, was ihr dringend loswerden wollt. Aber ich glaube, das war ein super Schlusswort für diesen Abschnitt. Alles klar. Gut, dann wird es nämlich einfach davon ausgehen, die Frage, wenn ihr nochmal von vorne anfangen würdet, würdet ihr euch wieder für denselben Beruf entscheiden? Würdet ihr euch wieder für die Dual Career, also gemeinsam die Gruppe zu leiten, entscheiden? Wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was mich erwartet mit Biologie, würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ich schon. Das ist aber auch ein First hier im Podcast. Also, nicht falsch verstehen. Ich wirklich, ich liebe meinen Beruf und ich finde, dadurch, dass wir das zusammen machen, ist das für mich erst wieder attraktiv geworden. Aber als Frau und Mutter bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, das funktioniert für mich so nicht. und habe eben auch viel Gegenwind bekommen, dass Dinge nicht geändert werden wollen. Und deswegen, alleine würde ich es nicht nochmal machen, zu zweit, immer wieder. Genau, wir würden sich ja von Anfang an auf die Zweierkarte setzen, früher. Also, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Biostudium und die Forschung, die wir jetzt machen. Also, ich laufe nicht mehr gleich durch die Welt wie vorher. Seit ich weiss, was ein Baum eigentlich macht und dass der immer noch in der Dicke wächst, jedes Jahr und dass der fotosynthetisiert und eben quasi das Sonnenlicht ist und wenn man die Vielfalt unserer Tierwelt und unserer Blumen und so, also ich sehe das einfach alles irgendwie mit anderen Augen und das war, also das würde ich nicht missen wollen, mit diesem Wissen durch die Welt laufen zu können. Und ich liebe auch wirklich meinen Beruf. Klar kommt es mit einem relativ grossen Preis, das ist auch das, was die Heike angekündigt hat. Mir ein bisschen einfacher gefallen, den zu zahlen, als wir ganz junge Eltern waren als dir. Aber eben diese komplette Freiheit, unabhängig, ich bin sehr schlecht mit Hierarchien, ich bin sehr schlecht, mir von Leuten sagen zu lassen, was ich machen muss, die, wie ich oft finde, weniger Ahnung von Sachen haben als wir. und da kommt mir natürlich dieses System von dieser kompletten Unabhängigkeit und Freiheit sehr entgegen und also ich würde es wieder so machen. Was sind dann eure beruflichen Ziele für die Zukunft? Wo wollt ihr noch hin? Wollt ihr am Kurs bleiben? Wollt ihr, was wollt ihr noch erreichen? Gibt es was, was ihr unbedingt ausprobieren wollt? Ich glaube, was Michi vorhin schon angesprochen hat, ich würde gerne mich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln, thematisch, um vielleicht auch ein, zwei DoktorandInnen zu haben, um meine Wissenschaft voranzutreiben, aber ja, zusammenarbeiten mit einem Team in einem Institut, wo auch diese flache Hierarchien, wie das bei uns in der Gruppe schon ist, wo man viel sich austauscht und auch mal zusammenarbeiten kann. Also wir sehen das wirklich nicht nur wir zwei, sondern Wissenschaft an sich als Teamsport und wir arbeiten total gern mit anderen Leuten zusammen, wir tauschen uns gerne aus und ich glaube, das wäre so mein Ziel. Genau und wir würden gerne am Kurs bleiben, aber es ist relativ klar, dass das eine zeitlich beschränkte Zeitsebeneskurs meiner Meinung nach macht viel richtig mit diesem rot-grünen Merger, die haben auch Professuren kleiner gemacht und so, ich glaube, da läuft schon vieles richtig. Was ich mir wünschen würde trotzdem ist, dass wir halt an einem Ort sind mit langfristigen Perspektiven, weil ich glaube, wir sind beides Community-Leute, wir arbeiten, investieren gerne für die Community und ohne eine langfristige Perspektive fühlt sich das halt immer so ein bisschen schwierig an. Also ich hätte sehr gerne eine langfristige Perspektive in einer Möglichkeit zur Festanstellung an einem Institut. Wie gesagt, was Heike schon gesagt hat, ein Institut, das Spass hat, flache Hierarchien hat, inklusiv ist, sehr divers ist, wäre mein Ziel. Ich glaube auch, dass ich sehr gerne an einem Ort arbeiten würde, wo man wirklich auch über die grossen Fragen unserer Zeit, zum Beispiel Klimawandel, was meiner Meinung nach die grösste Frage ist unserer Zeit, das halt extrem multidisziplinär auch angeht, nicht nur von der Pflanzenbiologie-Perspektive, die ich finde, sehr wichtig sein wird in der Zukunft, um Klimawandelleffekte auf Ökosysteme und so zu verstehen, aber eben, dass man da auch guckt, okay, was sagen da Ökonomen dazu, was sagen Politikwissenschaftler dazu, was sagen Psychologen dazu, warum fällt es uns so schwer, aus unserem Trott rauszukommen, was kann die Wissenschaft dazu beitragen, technologisch, und eben da meine ich mit Wissenschaft meine ich Physik, Ingenieurwesen, Materialwissenschaften und so weiter, dass die alle zusammenkommen und über diese, über diese wichtigen Problematiken unserer Zeit nachdenken und es gibt solche Dinge und ich hoffe sehr, dass wir an Orten sein werden, wo, wo wir dazu beitragen können und wo wir auch in so einem multidisziplinären Kontext arbeiten können, weil eben, ich glaube nicht, also offensichtlich können wir es nicht der Politik überlassen, die Klimageschichte, aber ich glaube, dass wir eben alle Seiten brauchen und davon, von Verhaltenspsychologie bis Hardcore-Physik alles brauchen, um dieses Problem anzugehen und ich hoffe, dass wir an einem Ort sind, wo wir auch so da mitarbeiten könnten. Und jetzt in eurer Forschung gibt es da eine Frage, die euch gerade ganz, ganz dringend unter den Fingern brennt, wo ihr gesagt habt, okay, also in den nächsten drei, vier, maximal fünf Jahren müssen wir da eine Antwort drauf haben. Oh Gott, wie viel Zeit hast du? Du musst früher oder später, ich habe noch Zeit. Ja, Michi hat 100 Ideen, die ihm unter den Nägeln brennen. Eine große. Wow. Einen. Zwei. Okay, zwei. Eben was mich, ich würde wirklich gerne so ein bisschen dieses Form-Funktions-Verhältnis angehen in den nächsten fünf Jahren, weil ich glaube, wir haben eine extrem gute Möglichkeit mit Stomata-Biologie, mit Sportöffnungsbiologie das zu machen. Also du musst dir überlegen, wenn ich dir Fahrrad sage, hast du gleich ein Bild, wie ein Fahrrad aussieht. Es gibt aber Dutzend verschiedene Formen von Fahrrädern, solche, die auf Geschwindigkeit sind, die Rennfahrräder, solche, die auf bequemlich Seite sind, diese Beach Riders und solche, die dazu sind, um in Corona-Zeiten zu Hause einfach fit zu bleiben, die nicht wirklich Räder dran haben. Also es sind alles Fahrräder und bei den Stomata ist es ähnlich. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben nur keine Ahnung, verschiedenste Formen, wir haben nur keine Ahnung, wie die wirklich funktionieren. Was jetzt quasi das Rennfahrrad ist unter den Stomata. Ich glaube, das sind die Gras-Stomata. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten paar Jahren wirklich so ein bisschen in verschiedenen Spezies oder in unserem Hauptmodell, dem Podium, so ein bisschen Möglichkeiten und Technologien entwickeln können, um die Form zu verändern und sie dann mit unserem Gasaustausch-Messgerät, was ich vorher erklärt habe, ganz spezifisch messen zu können. Weil es gibt wenig biologische Systeme, wo wir einen Handel haben auf Form und so quantitativ Funktionen messen können. Also bei Embryologie ist zum Beispiel, wenn man was an der Form ändert, ist es meistens tot. Und bei Spaltöffnung können wir wirklich, wir können zum Beispiel diese Nebenzellen wegnehmen und sehen dann, okay, die sind mega langsam plötzlich. Also, und ich hoffe, dass wir da sehr viel weiterkommen, indem wir andere Spezies integrieren und indem wir unsere Forschung an Bachi Podium pushen. Ich glaube, das ist vielleicht eher für die nächsten zehn Jahre was für die nächsten fünf. Aber das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wieder der Vokus. Genau. Ich bin da schon wieder mit verschiedenen Spezies und schon wieder viel zu viel. Aber das ist so ein bisschen meine Vision für die nächsten zehn Jahre und meine Hoffnung, was wir machen können. Du hast natürlich Klimawandel angesprochen und da ist dann halt wirklich so die Frage, ja, es ist schön und gut, wenn wir daran forschen, aber irgendwie muss das ja auch an die richtigen Ohren rankommen, das, was da herausgefunden wird. Siehst du eine Verantwortung oder auch eine Rolle in Richtung Wissenschaftskommunikation? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich glaube vor allem, dass wir als Wissenschaftler eine politische Verantwortung haben, nicht nur eine Kommunikation, nicht nur eine Lehrverantwortung. Das ist ja, Lehre und Kommunikation geht für mich da ein bisschen in die gleiche. Wisskomm ist einfach Lehre für ein breiteres Publikum als nur für Studenten, die halt sich für Biologie eingeschrieben haben. Ich glaube, dass wir eine politische Verantwortung haben und ich glaube, es gibt da verschiedene Ansätze, das der breiten Bevölkerung zu kommunizieren. Ein Ansatz ist natürlich, hart in diese Klimawandel-Diskussion reinzugehen, unsere Perspektive zu sagen, über grüne Biotechnologie zu sprechen und so weiter. Ich glaube aber auch, ein anderer Ansatz ist, die Schönheit von der Wissenschaft hervorzuheben. Ganz, ihr wisst das ja auch, ihr seid auch Entwicklungsbiologen. So diese, unsere Bildgebung, die wir haben in unserer Forschung und so. Also ich mache das wirklich auch mit einem, mit einem künstlerischen Anspruch und damit meine ich nicht nur einen ästhetischen Anspruch, sondern auch diese, die Schönheit des Lebens zu beleuchten. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen in diese, die Wissenschaft von diesem Verkopften, was es sehr ist, auch so ein bisschen in diese, in diese schöne Ecke schieben könnten, in die Kunst-Ecke, dann wird man die Relevanz von der Wissenschaft vielleicht auch ein bisschen von einer anderen, von einer anderen Seite sehen. Ich glaube, dann können wir auch auf offenere Ohren stossen, wenn es um unsere, dann um unsere Hardcore verkopften Botschaften gehen, die wir haben bei Corona, die wir haben bei Impfungen, die wir haben bei grüner Biotechnologie, die wir haben bei Klimawandel, wo die Datenlage sehr, sehr klar ist. Und da gibt es eigentlich auch nichts, nicht viel zu diskutieren. Aber ich glaube, wenn man das auch so ein bisschen über diese schöne Seite kriegen kann, weil eben Kunst, die Leute akzeptieren, dass Kunst ein wichtiger Teil von unserer Kultur ist und Wissenschaft ist es auch. Und ich glaube, da ein bisschen so etwas Ästhetisches, etwas Schönes mit reinzubringen, könnte in Zukunft auch helfen. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Siehst du eine ähnliche Rolle in Bezug auf Frauen in der Wissenschaft? Also dadurch auf jeden Fall. Ich versuche, mich einzusetzen für Frauen in der Wissenschaft, weil ich immer noch erstaunt bin, dass überhaupt die Frage, warum brauchen wir mehr Frauen in der Wissenschaft, bin ich wirklich immer wieder erstaunt, dass das überhaupt aufkommt. Wir sind 50 Prozent der Gesellschaft. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht Teil sein sollten. Aber dadurch, dass ich das System auch so gut kenne, dass von uns erwartet wird, dass wir ins Ausland gehen und während der Postdoc-Zeit, die die wichtigste Zeit ist, um den Stein zu ebnen für die Zukunft, dass das aber auch die Zeit ist, in der wir Familie haben und dass dieser Spagat oft schwierig ist. Und deswegen versuche ich auch, jungen Frauen und auch jungen Müttern irgendwie zu ermutigen und zu sagen, gebt nicht auf. Es wird irgendwie einen Weg geben, wenn wir zusammenhalten und nur zusammen auch mit wichtigen Personen sprechen und klar machen, dass es eine Veränderung braucht. Ich glaube ganz fest daran, dass das wichtig ist und das werde ich auch weiterhin machen. Machst du das irgendwie, wenn das jetzt eine junge Studierende hört, wie könntest du ihr helfen? Hast du einen Twitter-Account oder speziell dafür? Genau, also ich habe zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen hier in Heidelberg den 500 Women Scientist Pod gegründet und durch Corona sind wir leider nicht mehr so aktiv miteinander, aber wir sind ein Netzwerk an Wissenschaftlerinnen. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wo wir irgendwie schreiben, das sind teilweise ganz banale Sachen, kennt irgendjemand eine Putzhilfe, die ich einstellen könnte. Ich komme mit dem Haushalt nicht mehr hinterher oder kennt jemand eine Gruppe, die gut irgendeine Technik kann. Also dass wir versuchen, vernetzt zu bleiben und für Studentinnen versuche ich einfach auch, Vorbild zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen ist uns eben auch so dieses 50-50 so wichtig, dass wir Vorbild sein können für junge Wissenschaftlerinnen und ich versuche einfach auch immer klarzumachen, ich habe ein offenes Ohr. Also wenn ihr Probleme habt und es kann persönlich oder auch beruflich sein, ich versuche sie immer dort abzuholen, wo sie gerade sind und eben auch klarzumachen, mein Weg war auch nicht einfach, aber es lohnt sich weiterzumachen. Ich glaube das, dass du sehr offen mit den Hindernissen, die du erfahren hast und es ist eben, ich meine, mich hat das auch erstaunt. Wir haben eigentlich auch eine egalitäre Familien, ein Familienbild, aber es ist schon die Konsequenzen, gerade während der späten Schwangerschaft und während der frühen Kindeszeit ist einfach ungleich zwischen Mann und Frau und das ist sehr schwierig, das war sehr schwierig für mich, das zu puffern. Und ich glaube, da braucht es gewisse, auch wieder systemische Veränderungen, die das einfach in Betracht ziehen. Und da gibt es eben, die DFG zum Beispiel ist sehr grosszügig, da hast du zwei Jahre mehr Zeit für Deadlines pro Kind als Frau und das ist super. Das ist wirklich toll, also es gibt diese, diese Sachen werden schon immer mehr und mehr in Erwägung gezogen, also eben akademisches Alter, ist ja das, was zählt, vom Tag deiner Defense wird ein bisschen anders betrachtet. Und eben, ja, ich glaube, also Heike ist ein super Vorbild für viele Studentinnen. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Dann möchte ich mich super bei euch bedanken für dieses unglaublich offene Gespräch, für die vielen, ja, interessanten, vielleicht nicht so oft gehörten Perspektiven. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr hier wart. Danke. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Machen Sie es gut. Tschüss. Und ich bedanke mich bei Ihnen, für das Zuhören.